Wie jede geniale Technologie ist auch die Nanotechnologie im Grunde genommen ganz einfach. Und wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen nun gerne zeigen. Die Nanotechnologie von Seragot können Sie jede Oberfläche schützen, gegen Schmutz und jegliche Flüssigkeiten. Wir nehmen hier das Beispiel Textilien. Das Wasser wird von der Textilie aufgesogen. Um diese Textilie zu schützen, lege ich diese Glas- oder Keramikplatte drauf und wie Sie selber wissen, ist die Textilie nun gegen das Wasser geschützt. Nanotechnologie, die wir machen, heisst nun, dass wir in der Lage sind, eine solche Schicht auf eine Oberfläche zu poizieren. Sie sehen das nicht, Sie fühlen es nicht, Sie schmecken es nicht, es ist lebensmittelecht und es stört nicht. Der Effekt ist ganz genau derselbe. Wasser wird von der Textilie nicht mehr aufgenommen. Die Textilie wird Wasser abstoßend.